Radio Igel, deine Geschichte Was machst du, wenn du für deinen Biologielehrer herausfinden sollst, ob ein Baum gesund ist oder nicht? Ganz einfach! Nimm einen kleinen Stamm oder einen Holzscheit zur Hand und halte dein Ohr am ein Ende des Stammes. Du sagst deinem Biologielehrer, er soll am anderen Ende gegen den Stamm klopfen und du hörst zu. Der Baumstamm überträgt den Schall, der dabei entsteht, so gut, dass du das Klopfen laut und deutlich hören kannst. Je lauter es ist, desto gesünder ist der Baum. Übrigens, diese Methode, auch Schalldomografie genannt, wird eingesetzt, um die Gesundheit des Baumes zu beurteilen. Der Grund dafür ist, dass ein gesunder Baum den Schall viel schneller überträgt als ein kranker, zum Beispiel fauler Baum, da gesunde Bäume eine höhere Holzdichte haben. Dadurch hört man die Schallübertragung in gesunden Bäumen besser als in kranken. Diese Unterschiede können mit der Methode auch gemessen und grafisch dargestellt werden. Na dann los, ran ans Experimentieren! Dieser Podcast entstand an der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit Unterstützung des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich, des Landes Steiermark und der Europäischen Union. Kohlen! Und dann, wir waren sehr! Untertitelung des ZDF, 2020